Ich bin richtig aufgeregt und ich versuche ruhig zu bleiben und die Gefühle werden jetzt mal immer stärker. Ich freue mich heute Vollgas. Man fühlt sich richtig wie in einem großen Clown. Das ist ein mega Gefühl. Ich glaube wir sind alle ein bisschen aufgeregt, aber im positiven Sinne. Wir freuen uns alle voll und sind sehr gespannt, wie es dort wird. Es ist einfach ein geiles Gefühl, weil das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben erfahren. Dass wir auch noch einen eigenen Flieger haben, das ist alles neu für mich und eine geile Erfahrung in meinem Leben. Es ist ein mega Ziel, das ich jetzt erreicht habe. Es ist auf jeden Fall sehr cool für mich. Liebe Athletinnen und Athleten, liebes Team von Österreich. Ich wünsche euch auf diesem Wege alles, alles Gute, viel Erfolg für die Wettkämpfe und ich freue mich, dass ihr es geschafft habt, mit dabei zu sein. Ich bin schon sehr aufgeregt und ich freue mich jetzt schon richtig drauf, endlich Sarajevo zu sein und dann das erste Rennen am Dienstag zu laufen. Die Vorfreude war ja schon voll groß und jetzt geht es richtig groß. Ja, es war sehr angenehm, also gute Stimmung im Flugzeug an und jetzt sind wir endlich hier. Die Vorfreude steigt und die Nervosität wird auch immer ein bisschen mehr. Und es ist richtig geil hier zu sein und wir freuen uns einfach Mösterreich hier zu präsentieren. Schauen wir, was die Wettkämpfe ergeben. 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 Die Wettkämpfe ergeben.